Ich heiße Fatima, ich komme aus Syrien. Ich bin Ronja, ich bin hier in Berlin-Parko geboren. Jetzt sind wir für so eine Freundschaftsklige. Vielleicht ein Jahr. Ich will gar nicht. Nein, acht Monate ungefähr. Okay, stimmt. Anna Mohajira, ich bin Migrantin. I'm a migrant. Noch einmal. Dass Leute aus verschiedenen Ländern hier sind. Sie kommen doch aus dem Spielen, oder? Sie kommen aus Brasilien. Ich bin Migrantin. Ich bin Migrantin. Ich bin Migrantin.